So Leute, ich fahre jetzt weiter nach Wittenbach. Jetzt bin ich vier Tage da am gleichen Ort gestanden. Und jetzt brauche ich mal einen Tapetenwechsel. Mein Handy habe ich jetzt da oben hingehängt, das geht tipptopp. Ist schon lustig, gestern kam einer vorbei, der hat in Wittenbach eine grosse Wiese. Der baut da auch Expeditionsfahrzeuge. Ich kannte den gar nicht, aber er kannte mich von YouTube. Und jetzt kann ich da hin und stelle mich mal da hin, mal gucken. Ein paar Tage da sein, mal schauen, was da kommt. Und heute kam wieder einer auf dem Fahrrad und sagte, bist du nicht der von YouTube und so? Und dachte, das gibt es doch nicht. Ich meine, Herisau ist ja weiss Gott ein kleines Dorf, aber ja, jetzt schon zwei da, die mich gekannt haben. Ja, jetzt fiel mich halt ein bisschen weiter, ein bisschen andere Dinge vielleicht. Aber ja, ich reise ja trotzdem weiter. In der Schweiz darf man ja sich bewegen, das ist nicht verboten. Da ist auch nicht alles so heikel wie jetzt da gerade in Deutschland. Und hier werden ja die Massnahmen bereits schon gelockert. Manche sind schon, andere werden noch. Also die Restaurants dürfen jetzt dann auch bald wieder aufmachen. Ich hoffe, dass jetzt bald auch die Grenzen aufgehen, weil dann gehe ich rüber nach Deutschland. Okay. Ich bin gerade im Land, hier am Einkaufen. Zwei Meter Abstand, aber alles geht auch ohne Masken. Und die Verkäuferinnen, die leben noch. Oh, welch Wunder. Ja, Tenshi ist immer der Chef da. Sie nimmt immer meine Position ein. Sobald ich meine Position verlasse, dann nimmt sie sie sofort ein. So, mein neuer Freund ist hier gekommen. Ja, ich stelle ihn dann später vor. Er führt mich jetzt zum Platz. Ja, das sieht doch super aus im Grünen. Ja, also ich bin jetzt beim Dani. Der zieht jetzt gerade den Anhänger weg, damit ich ein bisschen Platz habe. Und er baut hier fleissig seine Expeditionsmobile. Alles Mögliche steht hier. Ja, ich zeige euch nachher ein bisschen mehr. Es regnet gerade. Ja, also im Moment stehe ich in Wittenbach unten an der, wie heisst der Fluss? Fällt mir dann noch ein. Und ja, bei einem Fluss und es ist wunderschön. Schöne Natur. Da verbringe ich übrigens die meiste Zeit im Moment meines Lebens hier an der Natur. Ja, die Sitter. Sitter heisst hier und da macht es gerade eine Kurve. Ah, da ist eine Blockhütte. Ist das nicht wunderschön? Ach, der Anblick allein. Das ist doch gut für die Seele. Einfach schön, dieses Gewässer. Ich suche mal noch andere Stelle, wo ich dann vielleicht rüber kann. Oh, da hinten Schneeberge. Keine Ahnung, welche das ist. So, jetzt habe ich ein gediegenes Plätzlein gefunden. Ach, Wasser hat einfach eine beruhigende Wirkung. Ja, jeden Morgen mache ich jetzt eine Runde mit den Hunden. Mindestens eine Stunde. Mindestens zehn Kilometer. Wir versuchen die meiste Zeit auch in ihrer Welt zu leben und nicht in meiner. Ja. 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 Ja, jetzt bin ich gerade mit dem Rad durchgefahren. Doch hier geht es nicht weiter. Ja, nun gehe ich wieder zurück. Ja, schade eigentlich. Aber ich habe keine Lust, mein Rad da runter zu tragen. Braucht ein bisschen Mut, weil es geht ziemlich runter. Ja, mitten im hohen Gras. Ein zerfallendes Haus, unbewohnt. Eine Top-Lage. Ein Paradies zum Wohnen. Aber keine Ahnung, wenn das gehört. So, jetzt geht es wieder zurück. Nach über einer Stunde. So, wieder zurück. Der hat ein paar schöne Schätze. Hier oben stehe ich. Ein Magirus, noch ein Feuerwehr-Auto. Das ist das eine. Da baut er den Container, der da hinten steht. Drauf. Ja, und hier habe ich es mir gemütlich gemacht. Jetzt bleibe ich mal hier. Mal schauen, wie lang. So. Übrigens, während ich weg war, habe ich mit dem Klima geheizt. Hier. Die Wärme geht da runter. Und dann blase ich sie nach vorne. Jetzt ist es richtig warm da drin. Also mit Solarstrom oder Batteriestrom im Moment. Ja, und so wohne ich. Ja, super Sache. Die Woche ist nicht mal kleiner geworden. Als ich weg bin, war es minus 23 Amperstunden. Und jetzt ist es immer noch gleich. Weil die stellt ja an und aus. So, jetzt wird gefrühstückt. Da mein selbst gebackenes Brot. Das Dinkel. Biodinkel. Und Schinken von Italien. Die Butter ist, glaube ich, von Deutschland. Und hier mache ich meinen Kaffee. Ich habe keine Kaffeemaschine. Ich mache das immer so. Ich bin ja gasfrei, wie ihr sicher wisst. Und hier seht ihr gleich die Energie, die da verbraucht wird. Aber guckt mal an. Es ist 10 Uhr. Es kommt schon 1500 Watt rein von meiner Solaranlage. Also, kein Problem mit Strom. Alles ist gasfrei. Es funktioniert alles wie in einer Wohnung. Und das ist echt geil. Nie zugucken wegen Energie. Die kommt einfach automatisch. Ja, mich hat noch jemand gefragt, Brot backen. Ich habe hier immer im Tiefkühler vorgefertigter Teig. Und den lasse ich dann über die Nacht einfach aufgehen. Ja, und am Morgen knete ich ihn da nochmal. Und dann kommt er hier einfach in meinen Backofen rein. So eine Mikrowellen-Backofen-Kombination. Ja, und wenn es dann fertig ist, sieht es so aus. Schön, hä? Und es schmeckt grandios. Und es hält vor allem viel länger. Zwei, drei Tage ist es immer noch gut. Ja, und Internet habe ich zur Zeit durch ein WLAN von hier. Das geht dann da in diese Antenne rein. Dann da in den Router Alpha 36. Findet ihr alles auf meiner Homepage. Dann über die Kabel geht es hier auf den Huawei. Mit dem hole ich eigentlich Internet über die Telefonkarte rein. Im Moment aber nicht. Aber dann habe ich hier ein Netzwerk. Im Moment bin ich gerade ein Kabel am durchziehen für den TV, der hier drin ist, damit ich auch Internet und TV dann habe. Nicht über WLAN, sondern über LAN. Ja, Wahnsinn, wie das Wasser gegeben hat. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet bis etwa 11, 12 Uhr. Und erst jetzt bin ich auf die Runde. Und jetzt läuft hier sicher dreimal so viel wie gestern. Und ich bin jetzt sicher eine halbe Stunde durch den Wald gefahren. Es ist wunderschön hier eigentlich. Man kann viel machen hier in Wittenbach. Herrlich. Ach, was gibt es Schöneres als in der Natur zu sein? Weg vom ganzen Theater, das gerade leuchtet. Ja, man muss das Leben auch noch irgendwie geniessen können, auch wenn die Zeiten nicht mehr so werden sein wie früher. Ja, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ich wollte ein LAN-Kabel kaufen, um mein Telefon zu kaufen. TV anzuschliessen, habe ich ja gesagt. Du, die ganze Stadt, alle Elektronikläden haben zu. Also ich verstehe das nicht, echt. Also ich meine, ob ich jetzt mich in einem Nahrungsmittelladen anstecke oder in einem Computerladen, also damit kann man gar nichts verhindern. Jetzt bin ich hier in dieses Geschäft hier. Das ist ein Bodybuilder für Ergänzungsnahrung. Habe einfach mal gefragt, hast du ein LAN-Kabel, der geht gucken, findet noch eins und jetzt hat er mir das geschenkt. Unglaublich. Also, ich muss das LAN-Kabel in einem Power-Fitnessstudio besorgen. So verrückt, dass ich habe es jetzt. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, der Dami, der hier da ist, fängt hier an, eben Expeditionsmobile zu bauen. Er ist dran, mit einem deutschen Hersteller hier einen Schweizer Vertrag zu kriegen. Aber jetzt wegen Corona hat sich das alles hinausgezögert. Ja, und das hier ist sein Flaggschiff. War mal offensichtlich ein Reisecar. Und mit dem ist er manchmal unterwegs gewesen. Aber eben, sein neues Projekt ist dann dieser Container. Der ist noch in Arbeit. Ich gehe mal rein. Ihr seht, es ist noch eine Rohbaustelle. Das wird dann mal sein neues Teil, um dann zu reisen. Der Vorteil ist, er kann, das ist ein richtiger Container, er kann den immer hoch und runter machen und sein Fahrzeug wechseln. Wenn dieser nicht gut genug ist oder so, kann er einfach wechseln. Ja, so Leute, das war es wieder von mir. Jetzt ein bisschen andere Videos. Ja, was mache ich jetzt dann? Ich versuche jetzt gerade irgendein Papier zu kriegen, damit ich nach Deutschland rüber kann. Auf legalem Weg. Und da meine Freunde besuchen. Die meisten Freunde sind da drüben. Und morgen weiss ich dann mehr. Ich werde dann wieder hören von mir. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und tschüss. Ich spiele mit einem Mmmer auf Elegern. Puh, das ist nichts. Bloc. Des trabajar. Mit.